das ist der hof hinter dem rathaus und jetzt habe ich was tolles entdeckt in lüneburg gibt es häuser mit bäuchen das liegt daran sie sind früher mit gipsmörtel gebaut worden und dieser gipsmörtel nimmt die feuchtigkeit aus der luft auf und dadurch wölben sich die außenwände da geht es zum markt ich glaube von der seite sah man das sogar besser ja und jetzt habe ich gerade für mich eine logische schlussfolgerung gezogen ich ziehe auch nur die luftfeuchtigkeit aus der umgebung an